Brüder und Schwestern, sind nicht wir auch diese Emausjünger? Sind wir heute nicht auch Emausjünger? Sind wir heute nicht auch noch geprägt von diesen österlichen Tagen, von diesen ganzen Feiern, von dem letzten Abendmahl, vom Leiden des Herrn und von seiner glorreichen Auferstehung? Beschäftigt uns das nicht auch noch im Herzen, so wie diese Emausjünger? Versuchen wir nicht genauso wie sie auch zu verstehen, was da wirklich geschehen ist? Sind wir mit brennendem Herzen hier? Oder sind wir unüberlegt hier vielleicht, wie der Apostel schreibt, habt ihr unüberlegt diesen Glauben angenommen an das Evangelium, unüberlegt in die Kirche gekommen? Ich glaube es nicht. Weil schon allein das Hierherkommen ist ein Zeichen, dass euer Herz brennt. Vielleicht still, vielleicht unerkannt, so wie Jesus unerkannt mit den Emausjüngern unterwegs ist. Dass dieses Hierherkommen, dieses unerkannte Jesus mit mir ist. Dieses unerkannte Brennen des Herzens. Das, was uns berührt, wenn wir an das Osterereignis denken. Und was ist das Osterereignis? Was ist diese Quintessenz? Was ist dieser Grund, auf dem ihr steht, wie der Paulus sagt? Und das geht es heute, um diesen Grund, um diese Quintessenz des Glaubens von Ostern. Jesus, der gestorben ist, er lebt, er ist der Lebendige. Er ist mitten unter uns. Das wollen wir uns heute nochmal ganz bewusst werden lassen. Davon spricht der Petrus bei seiner Pfingstpredigt. Er, der gestorben ist, der gekreuzigt wurde, er ist der Lebendige, er ist der Sohn Gottes. Und Paulus, der erste Bericht, sozusagen, noch vor dem Evangelium, vor den Passionsberichten, der älteste Bericht über das Zeugnis der Auferstehung Jesu, haben wir bei Paulus. Und der sagt, das ist der Grund, auf dem er steht. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und da beginnt das. Auf das können wir nicht verzichten. Auf das Jesus Christus ist der auferstandene Herr. Das ist die Quintessenz. Das ist der Grund, auf dem alles christliche Leben ist. Ob ich katholisch bin, orthodox oder freikirklich. Wenn ich das nicht habe, bin ich kein Christ. Das ist die Quintessenz. Und das dürfen wir immer wieder neu erleben. Dass Jesus der ist, der unerkannt mit uns geht. Der uns die Schrift, das Wort Gottes schenkt. Damit wir immer wieder auf diese Quintessenz, auf diesen Grund, auf den wir stehen sollen, kommen. Jesus ist der Lebendige. Jesus ist der, der bei uns ist. Der mit uns geht. Der uns geduldig erklärt, geduldig begleitet. Er begleitet uns unsere Wege. Er begegnet uns auf unserem Weg. Und was lehrt mich heute dieses Evangelium? Ganz stark ist für mich eben dieses Wesentliche, dass ich Jesus erkenne. Dass Sie Jesus erkennen. Und wo erkennen Sie ihn? Dann wirklich im Brechen des Brotes. In dem, was wir jetzt dann gleich feiern werden. In dieser Eucharistie. Und Jesus ist so gegenwärtig, dass Sie ihn dann nicht mehr sehen müssen. Jesus ist gegenwärtig in dem Brot. Und was macht Jesus eben? Er verschenkt sich in dem Brot. Das heißt, und er gibt ihnen dieses Brot. Sie erkennen ihn. Und dann sahen sie ihn nicht mehr. Und das ist für mich das, was heute das Evangelium sagen will. Diese frohe Botschaft von Jesus Christus, dem auferstandenen, lebendigen Herrn. Dass er lebendig sich uns verschenkt in diesem Brot und so immer bei uns ist. Dass wir immer begleitet sind. Und dass wir uns jeden Tag neu fühlen dürfen, wie diese Ehemalsjünger, die von Jesus begleitet sind. Und darauf vertrauen dürfen, dass Jesus uns immer wieder neu sich im Brot schenkt, sich finden lässt, entdecken lässt in unserem Leben. Und wir neu, ohne Furcht, aufbrechen, in die Nacht hinausgehen, in die Welt hinausgehen und verkünden. Jesus ist Christus, ist der lebendige Herr, der auferstanden ist und uns zum ewigen Leben führt. Amen.